Und bei mir im Studio ist jetzt Dr. Claudia Major. Sie ist Verteidigungsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Major, diese Bilder, die uns aus Butscher erreicht haben, das ist nur ein Ort, in dem es Gräueltaten, in dem es Kriegsverbrechen gegeben hat in der Ukraine. Gehört das zur russischen Strategie oder ist es der Führung einfach egal, was da passiert? Also es sieht so aus, dass die Fälle in Butscher, aber auch das sehr rücksichtslose Vorgehen, was wir vorher schon in Mariupol gesehen haben, dass das eben keine Einzelfälle sind, sondern dass es System hat und dass es zur russischen Strategie gehört, die auf Zermürbung und auf Demoralisierung abzielt. Das heißt, es zielt einmal auf die Ukraine, nämlich dort den Widerstandswillen zu brechen, die Bevölkerung zu demoralisieren und zu zermürben. Es zielt aber auch auf den Westen, nämlich auf die westlichen Öffentlichkeiten, um dort Zweifel zu sehen, um sie möglicherweise zu spalten. Und auch um möglicherweise Reaktionen zu verlangsamen. Das heißt, es zielt auf die Ukraine, natürlich zuallererst, aber auch auf die westlichen Öffentlichkeiten. Ist es auch eine Strategie, um vielleicht doch die NATO eben mit hineinzuziehen in das Kriegsgeschehen, obwohl die NATO vielleicht noch gar nicht dafür bereit ist? Ja, Russland möchte ja nicht, dass die NATO interveniert. Das wäre ja eher etwas, was sich die Ukraine wünschen würde. Also das ist wirklich, das sollte man wirklich ganz klar verstehen als das rücksichtslose, unbrutale Vorgehen von Russland, was sich leider einreiht in eine Art Serie, wenn man guckt, wie die Bombardierung von Mariupol war. Es gibt Berichte über die Tötung von Zivilisten, Angriffe auf zivile Infrastruktur, Plünderungen, Vergewaltigungen. Das heißt, das ist nicht das erste Mal, dass Russland so rücksichtslos vorgeht in diesem Krieg. Und wir müssen leider davon ausgehen, dass Butscher wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges ist. Und wenn jetzt noch mehr Gebiete von Russland zurückerobert werden, also die Ukraine noch mehr Gebiete wieder einnimmt, dass man noch mehr von diesen extrem schrecklichen Bildern sehen wird. Aber inwiefern spaltet das denn Ihrer Ansicht nach die westlichen Länder? Das eint doch eher mehr, wenn man diese Verbrechen sieht, dass man sieht, wie furchtbar da vorgegangen wird, dass man jetzt sagt, da müssen wir geeint gegen vorgehen. Ja, das stimmt. Aber andererseits konnte man am Wochenende in Berlin auch eine Demonstration, Unterstützung für Russland sehen. Das heißt, es gibt schon Stimmen auch in den westlichen Öffentlichkeiten, die das russische Vorgehen hinterfragen und sagen, stimmt das dann so und ist das alles richtig? Das heißt, es kommt schon ein gewisser Zweifel und Kritik auch in den westlichen Öffentlichkeiten an. Aber trotzdem muss man sagen, dass die Idee, den ukrainischen Widerstand zu brechen, dass das nicht funktioniert hat, sondern dass die Ukraine noch stärker Widerstand hält und noch geschlossener ist. Und dass ja auch bei uns die Debatte zum Glück eher zunimmt, wie man der Ukraine politisch, militärisch und wirtschaftlich noch mehr helfen kann. Wirtschaftlich wird ja immer wieder ein Energieembargo gefordert. Glauben Sie, dass das unmittelbare Auswirkungen hatte oder wird es auch da dauern, bis sich die Wirkung in Russland durchsetzt? Es hätte einmal eine sehr starke symbolische Bedeutung, dass jetzt die westlichen Staaten wirklich sagen, wir nehmen das Embargo in Kauf, was auch uns kosten wird. Also symbolisch sehr stark. Es hätte auch direkte Folgen beispielsweise auf die Industrieproduktion in Russland. Es hätte langfristig Folgen, es würde aber auch direkt schon was bewirken. Wichtig ist auch nochmal die militärische Unterstützung sich anzugucken, also zu sagen, was können wir denn jetzt noch mehr machen, um die Ukraine zu unterstützen, dass sie entweder Widerstand leisten kann oder sogar Gebiete zurückerobern kann von Russland. Und wird das genügend gemacht Ihrer Ansicht nach? Die Debatte kommt jetzt wieder auf. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, was braucht die Ukraine. Und das reicht von relativ einfachen Sachen wie Treibstoff, weil Russland jetzt die ganzen Treibstofflager bombardiert hat. Also Treibstoff bis hin zu gepanzerten Fahrzeugen, Artillerie, Munition. Und da ist die Frage, ob die NATO-Staaten jetzt bereit sind, ein bisschen mehr zu geben, also noch mehr in Richtung schweres Gerät, beispielsweise auch Schützenpanzer zu gehen, um die Ukraine noch mehr zu stärken. Und ich glaube, da ist jetzt ein bisschen Bewegung in die Debatte gekommen. Wie sehen Sie denn da die Rolle Deutschlands? Da hatte ja der Bundeskanzler eine Zeitenwende angekündigt und dann hatte man irgendwie den Eindruck, das hat sich aber noch nicht so ganz fortgesetzt. Den Worten sind keine Taten gefolgt. Immer wieder ging es darum, dass Kriegsgerät nicht geliefert wurde oder zögerlich geliefert wurde oder nicht das, was die Ukraine verlangt hatte. Die Zeitenwende bezog sich, glaube ich, auch erst mal auf die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Also anzuerkennen, dass sich in der europäischen Sicherheit was fundamental verändert hat, dass wir nicht mehr mit Russland Sicherheit machen können, sondern gegen Russland. Und dass das auch heißt, dass wir unsere Verteidigungspolitik neu aufstellen müssen, mit mehr Ausgaben für die Verteidigung die Bundeswehr wieder aufzubauen. Mit Blick auf die Ukraine gibt es in der Tat eine gewisse Enttäuschung bei der Ukraine, aber auch bei vielen Bündnispartnern, dass Deutschland so zurückhaltend mit Blick auf das Energieembargo ist, aber auch so zurückhaltend mit Blick auf die Waffenlieferung ist. Und da ist in der Tat einige Kritik zu hören. Und Ihrer Einschätzung nach, ist die Verteidigungsministerin überfordert mit dem, was da von ihr verlangt wird oder dem, was da jetzt nötig würde, so wie es ja zumindest CSU-Chef Söder sieht, oder ist einfach diese Apparat-Bundeswehr schon beinahe dysfunktional? Ich glaube, es ist eine politische Entscheidung. Wollen wir wirklich die Ukraine militärisch noch stärker unterstützen? Also ich glaube, es ist wirklich so eine Art Blockade im Kopf, sagt man, wir machen jetzt wirklich eine starke Unterstützung und gehen auch beispielsweise in schwere Ausrüstung wie gepanzerte Fahrzeuge rein oder wollen wir das nicht? Und bislang habe ich das Gefühl, dass es da eher noch so ein Zögern ist, wie viel wird auch militärisches Gerät geliefert und wann wird es riskant? Das heißt, ich glaube, das sollte man wirklich auf die Bundesregierung beziehen und nicht nur auf die Verteidigung. Das heißt, Bundeskanzler Scholz sollte jetzt das Ganze in die Hand nehmen, wie ja auch schon verlangt wurde von Seiten der Opposition? Ich glaube, es braucht eine klare Entscheidung, dass man im wirtschaftlichen Bereich, meinetwegen Energieanbargo und im militärischen Bereich, klarere Entscheidungen trifft. Sagt Dr. Claudia Major. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank.